Der RTF1 Wetterbote präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Trachtenmode in der Region Neckaralp. Der Mittwoch hat fast alles, was das Wetter zu bieten hat. Regen, Sonne, Wolken. Bei 21 Grad. Langsam klopft der Herbst an. Der RTF1 Wetterbote präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Trachtenmode in der Region Neckaralp. Am Mittwoch gibt es viel Regen. Erst abends lockern die Wolken etwas auf und der Regen verzieht sich langsam. Bei Temperaturen um 22 Grad am Tag zeigt sich die Sonne nur sehr selten. Auch am Donnerstag kommt es immer mal wieder zu leichten Regenschauern bei Höchstwerten um 19 Grad. Am Freitag wird es freundlicher. Die Sonne zeigt sich öfter als in den vergangenen Tagen. Am Samstagmorgen ist es bei 10 Grad noch sehr frisch. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen noch auf 19 Grad an. Die unstete Wetterlage kann eine Belastung für den Kreislauf sein. Auch Kopfschmerzen werden eher begünstigt. Patienten mit hohem Blutdruck hingegen sollten keine großen Einschränkungen erleben.